Hallo, hallo. Leute, Leute, das geht weiter. Hier mit unseren Minigamer. Heute mit anderen zu versuchten und es geht schon los. Wir sind auf Hypexel. Ähm, ähm, dabei die Sonne Beschreibung. Und zwar spielen wir hier BoSleave. Das ist, ähm, wie's man hier. Genau, Anton weiß ich mir noch nicht. Es ist wie's lebt. Es ist auch nicht. Bloß, dass man hier ein Bogen hat. Und, ähm, der Bogen hat ein Feuer und dann geht es hier so runter. Okay, wenn ihr doppelt Leertaste macht, dann habt ihr so'n Doppeljump, dann könnt ihr euch noch retten, falls ihr mal runterfallen solltet. Also passt auf, hier. Oh nein, da hab ich Angst, Digga. Ja, und von Digga. Oh, bei mir lebt's grad, Digga. Ich bin heute mal einfach nur BoSbrief ein paar Runden. Ich war ja schon mal auf Hypexel mit Max Place. Aber der hat im Moment keine Zeit. Alle mobben mich. Oh, Antonio. Äh, der schießt sich da selber runter. Da braucht ihr immer vier ab. Immer vier Blöcke. Vier, ja, oder ein, nur. Es kommt drauf an, wie du schießt. Ja. Oder zwei. Das heißt nicht. Wow. Oh, ich bin tot. Nein, ich fliege. Ich fliege. Ich fliege und gucke. Aber irgendwie, irgendwie leckt das Server. Endo. Oh, Ego ist auch runtergefallen. Ego leckt das Server. Nein. Oh, GT ist auch raus. Okay, diese Runde. Lobby. Mach dir was, der schlief. Ich dachte, Lobby. Ja, so, eigentlich, eigentlich, der schlief. Oh, ich sehe auch alle. Oh, Gott, ich sehe alle. Fritz, die Technik. War best du? So, da weg. Ähm, jetzt gehen wir machen immer noch eine. Und zwar, es ist Tiran, das ist vielleicht auch für euch ein bisschen einfacher. Sorry, Leute. So, 6 minus 0 oder was? Oder 6 minus 1. Ne, wir gehen einfach mal in 3 minus 1. Ja, da hat mich Angst. Oh, 3 minus 1. Oh, 3 minus 1 ist fies. Oh, was ist hier? Oh, mein Gott, ich habe Angst. Der Thema ist, wenn du, wenn du entlangläufst, dann verschwindet der Block unter dir. Nein. Doch. Nein. Ey, ich habe hier einen Block runter und guck mal, was da war, ist. GT, ja, 10. Warte mal bitte kurz. Nein. 8, 7, 6, 5. Ey, cool, komm, mir fickt mich. Was ist jetzt los? 2, 1. 2, 1. Nein, ich hab Angst. Jetzt ist es richtig über, Junge. Es geht richtig schnell alles weg hier. PTF, rutscheinander. Ich bin tot. Wow, 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 wow. Nein, nein, nein. Nein, nein, kannst du gar nicht. Das ist endgemein. Das ist endgemein. Das ist endgemein. Ja, das ist richtig übel. Ich bin hier als einziger. Hey, Anton, erzähl uns ein Witz. Hey, Anton, erzähl uns ein Witz. Nein! Nein, jetzt hab ich den Double Jump benutzt. Ich glaub, ich bin in der letzten hier. Nein! Oh! Oh! Nein, du bist doch nicht ganz in der letzten, Anton. Oh! Ihr seid ja auch da! Ja, ich bin auch hier. Oh shit! Oh shit! Oh, Anton is out. Nein! Junge, es ist auch noch nicht die letzte, ne? Euch bewusst? Waaah, kein Wunsch, Baby! Okay, man... Hey, man kann nicht zu lange auf einem stehen bleiben. Gar nichts. Ach nee, sag du was. Nein! Nein! Oh mein Gott, ich bin ganz weit unten. Oh mein Gott! Boah, ich hab zwei Coins! Warum hab ich zwei Coins? Ich fühl mich so fein. Oh nein, ich bin runtergefahren. Nein, oh Gott, ich bin auch runtergefahren. Ich fühl mich so fein, weil ich so zwei Coins hab. Ja, es kommt manchmal so. Äh... Ich hab... Yo, ich bin ganz unten, Leute! Leute, ich bin ganz... Yo, Leute! Ich bin ganz unten! Da unten ist Ende. Das... Da unten ist gar nichts mehr. Wow! 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 Ganz knapp! Oh, Leute! Oh mein Gott, ich kann mich noch bewegen! Wir sind überall Ritzen! Ja! Nein! Scheiße! Ich bin... Nein, diese Hurensohn! Hö, da kommt noch was! Da hab ich aber den Weg abgeschnitten! Geil! Du landest dann in Dieves Cube... Ah, ne! Ach, ne! Am Ende, wenn du dann raus bist, kannst du spectatorn, kannst du zuschauen! Nein! Oh, so ein Hurensohn! Scheiße! Oh, ich bin bei der letzten, Digga! Und Digga, dann fick dich! Ah! Und vor langer, langer Zeit als Mama schwanger war... Oh, ich mach... Oh, nein! Oh, Mann! Oh! Und wo ist Titi? Lebst du noch? In... hinter dir. Nein, ich bin tot! Wir sind alle tot! Scheiße! Oh, sind wir schlecht? Ich sag doch, wir sind schlecht! Ja, du bist schlecht! Ja, cool! Ich hab grad nen Geist gesehen! So ein Geist, der da hochgeflogen ist! Oh, Junge, ich glaube, Antwo hat Schwein pfeift, ey! Geil, ey! Hey, das müsste gleich angucken! Ich glaub, mein Schwein pfeift! Oh, das ist Sympathie, sag ich, Antwo ist Titi! Oh, da ist Titi! Guck mal, du Fickzeit! Geist! Hier! Ja, 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 hab ich auch grad gesehen! Ich hab auch grad so nen Geist gesehen, der da hergeflogen ist! Hier, siehst du mich? Oh! Komm, Titi, wir machen Geist-Fick! Hahaha! Huuiiiiiiiiiiiiiilldin風ikinarische Ich heimo-Kotter-Kl expedition! Uh, Ha-Ararmen! Ich hab mich auch wieder zurück da rein! Weil ich war noch der erste Runde experimental wund. Weil ich war nur diese Runde Fiona hier geschmackt. Wie wird sie mir jetzt wie? Okay, sieh impres meist dir noch eine Runde Vorspl Men. Ich nehme mal nochmal Tekil Jordan 2 bei Improvement 1. Divine Dave zu sagen Ja, ihr soll meist unsere Konform sind�� Böke. Ich lege das mal. Weil ja das ist es mal gefragt! Oh nein, da habe ich Angst, ich stelle mich hier einfach die ganze Zeit hin. Oh, voll dunkel. Oh, ich habe ihn. Oh, da, da. Oh, da ist irgendwo. Uh, ich mache halt. Ja, ja, Babo ist in der Haus, Baby. Oh, f*** dich doch, Mann. Du Wundese... Ey, du kleines Spiel, wie du findest, ey. Oh, hier geht's ja auch noch weiter. Wir haben heute wirklich nichts zu sagen hier in meiner Gamer. Aus der Eintrittsklasse. Oh, mein F***ing Gott, das geht raus. Mein Spielermodus wurde geändert. Ey, hat man hier Game-Mod am Anfang? Oh, mein Gott, das ist voll knapp. Oh, meinst du, was? Ich hab das gemacht. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow offiziell hier vor singen und ich damit bei dir ist die erste der 9 Uhr doch auch die sich nicht bitte weiter sein was müssen das ist eine Art und ganz offiziell hier vorsehen und ich habe ich wollte es wissen er darf so viel größer ist ja also ich grüß ich grüß hier lohnt sich auch aus er muss doch nur ich suche es ist mein Geist nur dass mein Geist der das ist gräßes geist und gräßes geist der vier hier vor dir warum hast du Kompass? keine ahnung warum nicht ich stylo bin geiler erstmal screenshot Leute jetzt ist es doch leider schon vorbei heute war es leider nicht so spannend wir uns noch überlegen mussten was wir denn heute nehmen Lone Wolf ist cool ja und jetzt dürfen wir alle mal unsere grüße ausrichten Lone Wolf ja Antofang also ich grüße Lone Wolf noch wen ähm Lone Wolf GmbH ja Lone Wolf GmbH ähm nochmal Lone Wolf von dir habe ich schon mal gehört Lone Wolf GmbH ja nochmal Lone Wolf wer ist denn das? ähm und Lone Wolf nochmal oh und den coolen Lone Wolf oh jetzt aber ins Innere und 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 dem Lone Wolf an dem grad der PC-Schrott ist oh und ich hoffe er guckt dieses Video ich denk mal wenn er guckt ich glaube er kann es nicht guckt wenn der PC im Arsch ist doch er hat Handy ja und ähm ich grüße nochmal Lone Wolf Lone Wolf und ich grüße GTS Klassenkameraden Lone Wolf ja und ich grüße Harry Potter oh ja das cool nicht cool das ist ein korrekt du Arsch Harry Potter ich liebe dich äh ich äh ich Justin Bieber ich liebe dich äh das ist gay äh äh wer das jetzt wer das jetzt wer das jetzt einfach unpassend und uncool gefangen gefangen also fand der abonniert das ist die neue Überschrift des Videos Anton ist gay so jetzt also ich würde gerne ne 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 ja mein Argument ist ja Justin Bieber äh ist gay ja erstens das und spuckt auf seine Fans äh so jetzt bin ich dran also ich würde erstmal äh ich würde erstmal DJ Bully LP also Bully LP grüßen äh Gronkh ja ich hab mit dem letztes golfen ja und ich grüße GOMMA HD auch noch ja äh GOMMA HD mit dem war ich jetzt das Brunchen GOMMA HD du bist der Größte und ja und auf jeden Fall auch Sarazar mit dem ich auch letztens ähm Clancy Play gemacht hab und auch äh Shuffle LP mit dem war ich letztes eine Runde schwimmen letzten Samstag ähm GOMMA HD ja und äh und äh noch ganz vielen anderen berühmten Lesbären mit dem ich Kaffee getrunken Kaffee getrunken habe äh in einem ganz bestimmten Kaffee äh in dann äh mitten in Berlin ja okay das hat sehr viel Spaß gemacht ja okay das ich glaub mit dir und ich würde auf jeden Fall einmal äh auch noch meiner äh meiner äh meiner Mutter grüßen ähm und meine und meine und meine und meine und meine Omi die ich aber gar nicht hab ähm oh ja meine Omi grüßt sich auf ja und äh und ähm den Nachmitteln auch noch ein Ohr Otto Walke ist und äh aber ja okay aber und Stefan Raab und Angela Merkel also ich grüße Daniel Radcliffe und Daniel ich grüße ähm Hugh McGregor eigentlich Weltmeister geworden oder wie das war Hugh McGregor äh der Schauspieler von Omi Wankowski Stefan Raab aber Stefan Raab ja äh Stefan Raab ich hoffe du nimmst uns dreimal zu ich hoffe du nimmst mich und die Tee mal zu TV Total wäre echt cool von dir wäre Ego erzähl mal diesen Witz mit Stefan Raab und diesem anderen Typen da ach ja stimmt warte 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 ich grüße auch noch äh ungespielt und Dena und dann ja Dena Dena cool wir werden solche Leute grüßen ich grüße doch den Behinderten der gegenüber von mir wohnt das ist voll cool ich sag's ja ich finde dich auch so nett wo ich dich gar nicht kenne ja dann grüße ich noch den Penner der mich immer anschreibt bevor ich in einen Laden reingehe Na hab ich dich auch du Hurensohn schreit mich immer so an und Blauen Wolf und dann grüße ich noch Ok büro jetzt mit einem passenden Witz zum Abschluss Achso ja ja und zwar ja Stefan Raab ich wünsche dass du mich und die Tee halt zu TV Total ein nähtst weil du deine verdammt große Ehre äh wäre sehr nett von dir und jetzt kommt mein Witz und zwar ähm zum passenden Abschluss äh alle zuhören Nein. Bei, also, also, hier, nein, die Aufgabe ist, ja, die Aufgabe ist, Stefan Raab oder ein anderer sollen ein, ja, sollen ein Gebäude runterspringen, ne, und wer als erstes unten aufklatscht, hat gewonnen. So, es geht los. Wer ist wohl der Erste? Natürlich der Kandidat. Stefan Raab muss erst mal nach den Regeln fragen. Ja, Jolo Molo, willst du ihn schon jeder kennt? Danke fürs Zuschauer, Leute. Und wir verabschieden uns und bitte guckt der Nachricht. Und abonniert. Und bitte, Lone Wolf, bitte. Ja, Lone Wolf, wir lieben dich alle, ist aber auch gut. Und Lone Wolf, ich will aber kein Lone Wolf auf. Ja, und guckt weiter, schau.